Mit einem Erklärvideo lassen sich komplizierte Dinge schnell und leicht verständlich erklären. Die Firma Arbog macht sich diese Eigenschaften nun zunutze und bietet ab sofort Erklärvideos an. Dr. Christoph Schumacher heads the Marketing and Corporate Communications Departments at Arbog. He explains the benefits of explainer videos. Das Leben generell und die Industrie werden immer komplexer. Viele Maschinen und Abläufe sind mittlerweile so kompliziert, dass sie ja nur noch von wirklichen Experten zu verstehen sind. Ich glaube, wir sollten es den Menschen einfacher machen. Wie wird das konkret aussehen? Komplexe Dinge oder Sachverhalte kompliziert erklären, das kann wirklich jeder. Aber nur, wenn du ein Thema wirklich beherrschst, kannst du es so erklären, dass es auch ein anderer versteht. Und das machen wir ab sofort. Sie haben sich für die Herstellung von kompakten Erklärvideos entschieden. Für wen sind die gemacht? In der heutigen Welt gelten sie als ideales Mittel, um Informationen sowohl effizient wie auch modern zu transportieren. Außerdem macht es dem Betrachter Spaß, sich mit gut gemachten Erklärvideos schlau zu machen. Diese Tatsache nutzen wir, um sowohl Kunden wie auch Partner und die interessierte Öffentlichkeit mit gut gemachten Erklärungen zu begeistern. Welches Ziel verfolgen Sie mit den Erklärvideos? Zunächst einmal haben wir unseren Kunden im Blick. Denn nur wer unsere Produkte und Dienstleistungen vollends verstanden hat, wird sich schließlich kaufen. Zweitens werden aber auch wir bei Arbuck davon profitieren, dass hier im Hause wirklich jeder unsere Angebote und Produkte versteht. Und drittens glaube ich, dass auch die Öffentlichkeit ein Einricht auf gut gemachte Wissensvermittlung hat und somit tiefere Einblicke in die spannende Welt der Kunststoffe erhält. Und wie werden die Arbuck Erklärvideos aussehen? So. Each Arbuck Explainer video explains one topic from the Arbuck world. These can be products or services and software that are explained by an expert from the company. Cheerfully, professionally and in just three minutes. Since words alone are often not enough, the experts are always accompanied by a little helper. The Beacon provides graphic animations and helps viewers to even better understand the topic being explained. Of course, the short videos can't explain everything, but they make you curious and encourage you to ask questions. Wir fangen jetzt erst einmal an und schauen, wie das Angebot bei den Menschen ankommen wird. Danke, Dr. Christoph Schumacher. Danke fürs Zusehen und bis zu unserer nächsten Episode. Tschüss.